Tor ist frei. Sechs Schweizer am Eis. Wird schnell gespielt. Gibt's doch nicht doch noch der Ausgleich. Zählt nicht. Torraum abseits, soweit ich das gesehen habe. Zeigt auch der Uppertaische schon an. Ganz links sehen Sie die Hand vom Schiedsrichter. Das ist wichtig. Der zeigt nämlich Bulli außerhalb der deutschen Zone. Schauen wir genau hin. Ist er drin. Jetzt rutscht er rein. Wird natürlich auch geschoben. Behindert in diesem Fall. Aus unserer Sicht ganz gut Dimitri Petzold. War im Übrigen vom Schweizer Schiedsrichter sogar ein Trick. Nicht vom Deutschen. Es gibt natürlich die Regeln, wenn er reingeschoben wird, wenn er nichts dafür kann, ist es kein Torraumabseits. Schauen wir hin. Hier kommt natürlich der Körperkontakt. Und er wird reingeschoben von Lavallée. Wie viel er selber dazu gemacht haben muss, der Schiedsrichter entscheidet.